Verkaufe ich meine Power-Treads und gebe mir dafür die da und dann wird jetzt erst mal hier richtig schön eingekauft. Butterflies habe ich. Äh, jo, ich denke ich auch mit dem Buizzer. Ähm, oh, ich werde zugespammt, oh, ja, also das hier ist jetzt der werte Gamer45, der mich gerade im ICQ fragt, ob ich meine Lust habe zum Zocken und, ah, das kann ich direkt mal alles hier, äh, falls jemand Lust hat, mal mit mir ein paar Runden zu machen, soll das gerne sagen. Ich würde es auch, dann, wir könnten vielleicht auch zusammen Skype gehen oder sowas, wenn mir jemand jetzt endlich mal hier, oder, falls ich es irgendwann mal schaffen werde, vielleicht den Scheiß zu richten, dass es funktioniert. Aber wenn ja, finde ich das ganz lustig oder auch mal ziemlich cool, sowas zu machen. Aber wie gesagt, ich weiß halt nicht, wie. So, und jetzt brauche ich noch ein bisschen Geld dafür. Ähm, ja. Alles auf dem Käfer, ne? Ähm. Und wie viel kostet das? 1200. Jo, also ich denke, ich spanne hier jetzt noch ein paar Netze. Ich meine, ich habe noch gar nicht alle Netze gespannt, was bin ich für Noob? Ähm, also falls jemand Lust hat, mal mit mir zu zocken, wirklich Bescheid sagen, aber wirklich, nur dann, wenn ihr auch wirklich mal mitmachen wollt. Ich meine, ich habe jetzt keine Lust mehr, dass da zwei Millionen Leute sagen, ja, ich mache mit, und wenn ich dann halt mal sage, ja gut, Leute, dann und dann geht das klar, und dann alle sagen, nein, und ja, und nein, und naja, und nein, und irgendwann ist es dann gar nichts mehr, und ich habe mir Hoffnung gemacht. Also, fände ich irgendwie langweilig und scheiße. Deswegen, deswegen werde ich jetzt einfach mal Rohstand töten, weil ich das so langweilig und so scheiße fände. Deswegen merkt euch, wenn ihr nicht wollt, dass ich ständig Rohstand töte. Alter, wo kommt die Stücke scheiße jetzt her? Da. Ich bringe euch alle um! So, mit dem Invoker. Hier, was weiß ich was, ich mache mir da dreimal Feuer und invoke mir den da. Der ist nämlich cool. Und damit spame ich euch jetzt zu. Fresst. Bam. War das nicht böse? War das nicht böse? Ja, ich weiß das wohl böse. So böse seid ihr nicht, ihr mächtige Pseudo-Menschen. Ha! Hilfe! Nein, 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 lass, lass, lass den Typ mal in Ruhe. Du Stück Scheiße! Dafür bist du jetzt aufgegessen. Äh. CD, 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 CD. Alter, er kriegt ja eigentlich gar keinen Schaden. Na, stirb, du! Okay, jetzt reicht's. Ich brauche doch nur noch ein ganz, ein bisschen Geld. Nur noch ganz wenig. Wenn ich das habe, dann rocke ich euch. Wann habe ich ein Buriza? Haha. Alter, die laufen in meiner Base-Raum. So. Keine Chance. Dumme Fieder und Idioten und Ja, genau. Das passt. Ha, damit habt ihr jetzt nicht gerechnet. Da, ich habe auch noch Kunker. Äh. Meine Kipp war am besten. Ach, fuck it. Ha, ich glaube, ich gehe Hons spielen. Also war's. Ich glaube nicht. resource Stage die Hons spielen. Ich glaube nicht, das ist mir das clair junk. was, da Mythos imladı. Ja, ich glaube nicht. Aber damit hat mich gemerkt. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wann ist das irreysom. Ich glaube nicht.